Ola! Wir sind jetzt schon in Frankreich! Wir sind eine Stunde vor Paris, gut durchgekommen, paar Staus, mega viel Regen, aber ja, wir sind, wie gesagt, eine Stunde vor Paris, dann geht es noch mal weiter bis nach Biarritz runter, von daher haben wir jetzt noch mal so fünf Stunden vor uns. Ja, gerade noch mal ein bisschen Kaffee getankt, Auto hat noch mal ein bisschen Gas bekommen. Alles cool soweit. Jetzt geht es nachts rein in die Stadt der Liebe. Tschö, bis später!